Herzlich Willkommen zurück Ich meine Scheiß, ich war mir nie klar Ja, also nochmal, willkommen zurück zu Tropico 4 Da habe ich auch schon eben vergessen welches Spiel das überhaupt ist, toll Und schon wieder wurde ich Gesteuert Naja So, ähm, woher ich jetzt stehen will, das war jetzt schon weiter her als ich wieder aufnahm und Ja, ich habe auch so einige Spiele Darunter auch, ähm Vaquai Primal Ah, Primat Wie Primal Ich frage mich schon wie ein kleines Kind das Spiel mal anzuspielen, ey Ich habe ja schon alle Nein, ich habe den ersten und den vierten noch nicht gespielt Aber den zweiten habe ich durchgezockt Den dritten habe ich bis zur Hälfte ungefähr angespielt Und den, diesen, diesen, diesen Verkrei, Trägen, Dingspumpster mit dieser, diesen, diesen Cartoon Grafik als Filoszene Habe ich auch durchgezockt Ich glaube ich habe ja nie drei durchgespielt Hm, keine Lust mehr So, aber jetzt, äh, komm ich hier vom Thema ab, also ich will jetzt hier Fertig werden Oh, keine Leute mehr Keine Leute hier dran Oh, das Urlaubsziel von Tropiku ist zwar ein bisschen klein Okay, also das sieht jetzt vielleicht für uns klein aus, aber Sehe ich klein Männchen so, sieht das vielleicht ja schon recht groß aus Ich habe da einfach keine Vorstellung Nein, ich explodiere hier keine Waffe, nein, ich explodiere hier auch kein Eisen Obwohl, wieso nicht Leider ist hier eine Eisenmine, das ist so ein Katzen Ach ne, doch nicht Wo waren hier Eisen? Eisen? Wo bist du? Ach da ist Eisen Gott sei Dank So, ich weiß nicht, will ich das wirklich machen mit Waffenfabrik Ah, ich weiß nicht Ich weiß nicht Ja, deswegen Die Waffenfabrik stellt aus Eisen Schusswaffen her Und gefährdet dadurch die Auslandsbeziehungen Äh, Mann Kann ich dir nicht einfach abbrechen Sie denn, die mögen ihre Kamelig gesund sein und ihre Zukunft kinderreich sein Ich möchte hier handeln, bla 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 Und weil hier, dieser gleiche Spruch wird immer nur langweilig Man sagt ja, das Schiff sei das Kamel Das Meer als Kenner von Kamelen kann ich nur bestätigen, dass da was war, was dran ist Bedeutlicherweise haben meine vielen und launhaften Frauen genug von Kamelen Ja, genau Die wollen natürlich Schusswaffen haben, um sich gegenseitig abzuknallen Juch Ich kann mir das schon vorstellen, wie es bei dem Typen aussieht Der hat sicherlich so ein Kolosseum Im Mini-Format, wo er seine Frauen einschickt, die sich gegenseitig da bekriegen Und sicher, er hat sich ja jeden Tag eine neue Wachsen ja wie auf Bäumen, ne Aber zu einem anderem Thema Können wir, können sie mir Waffen schicken? Ah Nö, will ich nicht Ach, Mann Ja, nein, vielleicht Ich weiß sie richtig Präsident Haben Sie von den neuen Taten des Innenministers gehört? Jetzt kommt's Es geht Ein Gerücht um das Er bei einem Glas Kakaosaft alle acht Mitglieder Die Luki 7 ging mit nur einer einzigen Kugel Tötet hat Diese beeindruckende Heldentat lässt sie Die NSD München bei Nacht sicher Widerschlafen Effekt Die Kriminalitäts Zufriedenheit erhöht sich 5% Oh, wow Schön für ihn Wieso haben wir den Minister mit einer Pistole? Hm? Na? Wieso? Ja, ne Wie hat dann schon jede Sau eine Pistole? Aber ich nicht Wieso habe ich keine Pistole hier? Ich habe keine Pistole hier wie eine Flinte Schöner Shotgun Du Scheuer, ey Ja, ich muss nochmal Strom hinsetzen Damit ich hier ein bisschen besser was basteln kann Es werde Strom Was ist denn eigentlich eine Flachse? Irgendwie schon fressen die Leute hier Meine Güte Das ist ja nicht mehr normal Ich wollte doch nicht Das ist doch nicht Pfff Pfff Huh, auch so Was für ein Bild halt so Braustoffmenge 14.000 Das ist doch Ist doch was Oh Ist der kleine oder Ist das hier hier? Achso Sprecher Sprecher Präsidente Sie haben Tropico ziemlich lange regiert Weitere fünf Jahre stehen Ihnen bevor Nutzen Sie sie Gut, dann ist das Spiel auch zuerst diese Partie auch zuerst Ich kann das dann auch noch weiterspielen, aber Jo Ich habe jetzt sagen wir mal eine Amtszeit, Alter Ja Die Karte erwarten Wahlen für das nächste Jahr Sie wollen Ihnen Respekt und ewige Treue erweisen So in letzter Rede mal gucken Unterhaltung, Umwelt, Unterkunft Loben Loben sich selber sich selber Ähh umgenümmt Armee Geräte da holen So, fertig Liederhalten Meine getreuen Tropikaner Ich möchte die großen Fortschritte hervorheben, welche wir gemacht haben Die Produktion wuchs stetig In manchen Regionen betrug die Wachstumsrate gar 25% Ich sage euch, wir werden den Fünfjahresplan in vier Jahren erfüllt haben Das nenne ich Fortschritte Ich muss euch vor den sogenannten Rebellen auf unserer Insel warnen Hierbei handelt es sich um Anarchisten, die sich nicht weniger um diese Insel sorgen könnten Und dennoch als ihre Befreier auftreten Aufgrund ihrer nihilistischen Gepflogenheiten sind all unsere Bemühungen, was die Verbesserung der Wohnverhältnisse betrifft Im Keim erstickt worden Doch habe ich als Präsidente Tag und Nacht hart gearbeitet und viel geleistet Um meinen Wert für die Verantwortung zu bestärken, die ihr mir auferlegt habt Gracias, Freunde Ach ja Die Vergangenheit hat unsere Küsten verlassen Aber das ist noch nicht alles Ich werde die Zukunft nach Tropico bringen Während meiner nächsten Amtsdauer werde ich eine Politik verfolgen, die uns alle reich machen wird Die Tropicana werden die höchsten Durchschnittslöhne in der ganzen Karibik haben Ich sehe euch nach dem Sieg bei der großen Fiesta